Hallo ihr Lieben und bis erst mal. Heute gibt es das In-and-Out vom Juli. Etwas verspätet, auch etwas verspätet abgedreht. Ich glaube, wir haben heute den 15.8. Genau, gestern war ja wieder so super heißes Wetter, beziehungsweise die ganze Woche richtig abgekühlt. Hattet sich auch nicht unbedingt. Gut, aber ich würde mal sagen, legen wir einfach mal los. Und in eine Springspirale, so eine Treppenspirale. Ich dachte, ist vielleicht nice fürs Töchterchen am Flughafen, wenn wir dann nächsten Monat in Urlaub fliegen. Genauso leider konnte ich da nicht dran vorbeigehen, weil da passen wir also nicht alle gleichzeitig drauf. Aber ich fliege ja mit zwei großen Mädels und einer kleinen und freue ich mich schon drauf. Super geil. Achso, die Springspirale in Euro bei Philips. Der, glaube ich, 12 Euro bei Rossmann, aber da gibt es ja in der App immer 10% drauf. Genau, dann einmal neue Wasserclocks für die kurze. Waren umsonst, weil mit einer Freundin getauscht. Die Freundin hat zwei Töchter, die sind 4 und 5. Genau, haben aber irgendwie kleinere Füße als meine Tochter. Deshalb getauscht. Wir haben die gekriegt. Ich muss mal gucken, ob ich noch das Bild finde. Ich blende mal eben das Bild ein, welche wir getauscht haben. Genau, weil die auf dem Bild hat, sind 27er. Die hier sind 27, 28 und größer. Und die kommen nämlich mit im Urlaub. Dann aussortiert ein Unterhemd. Ist eng, Stoff ist dick, Flecken drauf, die ich nicht rauskriege. Könnte ich eigentlich nochmal Putzlappen draus machen. Genau. So machen wir das. Dann Out, hattet ihr ja schon in einem Video gesehen. Stiefel von mir, die können dann nämlich jetzt auch mal endlich in den Müll. So, ein Stick, wo meine Tochter vorgetreten ist im Auto. Ja, defekto, kaputto, Müllo. Dann zwei Bilder vom Flohmarkt. Ein Euro. Konnte ich leider da nicht dran vorbeigehen. Also die fielen mir auf dem Flohmarkt schon auf beim Rübergehen. Und zum Schluss sagte der Mann jeweils ein Euro. Dachte ich, komm, mach dem Kind mal das Zimmer ein bisschen schön. Dann, äh, hattet ihr ja schon in einem Ausmist-Video gesehen, äh, CDs. Die sind leider immer noch da. DVD-Player und DVDs leider auch immer noch da. Also ich warte jetzt nochmal, äh, über einen Monat, weil da nimmt mir Platz da im Schrank weg. Wenn ich den nicht verkauft kriege, wird's verschenkt. Dann in noch ein cooler, 30 Euro. Den gab's irgendwann mal letztes Jahr oft in der Werbung. Meine Mutter wollte sich den holen, hatte dann doch nicht gemacht, weil sie dachte, der ist doof. Aber eigentlich, wenn man wirklich genau davor ist, der kühlt. Weil der ist eigentlich für Urlaube im Van gedacht. Ähm, weil ist ja alles zu. Ich hab ja nur zwei Dachlugen sind da oben drin. Und also ich denke mal, für in dem Van wird das perfekt sein. Ja, Keks, dann komm hoch. Hopp. Nicht hopp. Dann nicht hopp. So, da muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken, ob ich jetzt auch nichts vergessen hab. Bestimmt aber doch, weil genau die Winterstiefel, die alten von der Maria, hab ich ja aussortiert. Die sind ja mittlerweile weg. Dann ist mir ein schwarzer Teller runtergefallen. Kaputt, da wollte ich jetzt kein Foto von machen. Und den Porzellanbehälter, den hatte ich auch aussortiert, als ich die Stifte aussortiert hab. Diesen braun, der ist aber mittlerweile schon im Unischrank verschwunden. Aber ich glaub, ich hab hier nochmal ein Foto. Genau, das hatte ich gar nicht nachgezählt. Also in, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen out. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sachen. Kann ich mich nicht beschweren. DVDs, CDs hab ich jetzt jeweils immer nur als eins. Was soll ich die einzelnen Dinger da zählen? Genau, das war's leider schon für Juli. August kommt auch wieder erst verspätet, weil wir ja erst Ende September wieder da sind. Genau, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Wenn nicht, lasst das sein. Dementsprechend habt einen schönen Tag. Tschüss.